dieses spiel hat keine altersbeschränkung wir wünschen euch allen viel spaß hallo zusammen wir zocken heute mal eine ganz kleine runde forts wir haben wir spielen das quasi blind wir haben ganz kurz die kampagne reingeguckt um zu gucken wie es überhaupt funktioniert aber wirklich auskennen tun uns mit dem spiel noch nicht ich glaube das ist eine doofe idee wir haben einfach mal eine mehrspielerunde gestartet jetzt quasi im koop ich mit der fine zusammen hoffe ich doch dass das so geklappt hat ja und wir gucken einfach mal wie weit bekommen nicht im koop hat natürlich noch nicht so viele sachen freigeschaltet deswegen bin ich mal gespannt was haben wir denn also wir müssen ja bis auf unsere ressourcen achten hier das sind ärzte materialien ich glaube eisen und hier unten haben wir unsere unsere energie hast du schon eine mine gebaut ne ich brauche noch mal eine kann nicht verkehrt sein hier können wir hier sind erz hier kommen und die minen draufsetzen jetzt sollte man natürlich auch noch ein metall lager irgendwo hin bauen aber gerade gehört auch hier haben wir noch platz das baum direkt mal hier schnell hin bist du das ja ja und sinn des spiels ist unser vor weiter auszubauen sozusagen und den gegner hier auf der anderen seite hier platz zu machen wie bereits erwähnt wir müssen ressourcen sammeln energie gewinnen damit wir überhaupt sachen bauen können weil alles was wir hier anbauen oder überhaupt bauen wollen benötigt ressourcen und das ist unser energie kern glaube ich ja das nicht kaputt gehen wenn der kaputt ist haben wir verloren so man muss bei dem ganzen spiel auch ein bisschen darauf achten so können es einfach hier so die sachen hochziehen und wenn wir so lustig sind hier so anbauen aber muss halt auch gucken dass das ganze handen fuß hat weil man sieht der turm wackelt so ein bisschen also wenn ich zum beispiel jetzt hierhin gehe das ist eine total tolle idee übrigens ist und warum machst du das nicht geht nur so so geht da wird der turm etwas instabil ja ich brauche mal das wird nicht besser also ihr seht wir haben noch nicht viel erfahrung mit dem spiel also das ist mehr so ein kurzes angezockt denke ich mal ihr könnt ja mal berichten wie es euch gefällt also wir werden jetzt einfach hier bauen also ich würde behaupten der gegner braucht uns gar nicht kaputt machen das schaffe ich schon von der ganze alleine das machst du von alleine ja pass auf sagen wir haben eine gepanzerte tür die können wir doch jetzt so und bauen so ja das noch mal mit präzisionswaffe ja aber ich möchte erst mal ein gerne hinsetzen also eine maschinenkanone wir können die infrantristen infrantristen wir können die schützen maschinengewehr schützen hier gruppieren mit steuerung halten und anklicken dann kann man quasi mehrere gleichzeitig feuern lassen ich weiß nicht ob die viele grad ne also wenn man einen so anwählt dann kann man hier so grob zielen und dann abdrücken aber wie man sehen kann ist das natürlich nicht super genau cool wäre natürlich wenn man mörser oder sowas bauen könnten feuermörser zwei kleine feuer erfordert werkstatt alles klar wir brauchen eine werkstatt das hier sind lager reparaturstation cool also in der kampagne hat man am anfang natürlich längst nicht so viel sachen hier ist die werkstatt deswegen müssen uns da jetzt ein bisschen rein fuchsen was man so machen kann ja was es alles gibt also wie gesagt wir spielen das mehr oder weniger blind und wir wissen dass wir energie brauchen erz abbauen müssen hier unten sieht man die kapazitäten über speichern können die wir mit lagern unter anderem auch erhöhen können ja und dass wir den gegner blatt machen sollen das war es dann langsam aber auch das sieht ja auch total cool aus der tor mehr des bombe so werkstatt haben wir zumindest jetzt gleich wenn man unsere maschine der gegner baut aber auch immer weiter aus ne ja klar wenn wir unsere maschinengewehrleute hier nicht anwählen und steuern und der gegner zum beispiel mörser beschuss auf uns abfeuern sollte fangen die das quasi automatisch ab indem die darauf feuern von sich der hat ein präzisionsschützen oder sowas glaube ich ne ja ich auch du auch und kann man den auch steuern oder automatisch oder bist du drauf da sieht man jetzt gerade viele ich kann nix machen ach so weil das haha kann man es verstärken dazu keine ahnung wahrscheinlich total weil mein mein dings davor steht die windturbine ja ja ich wollte mal kurz ab hast du schon gemacht ja ja ich bin ich gerade auch ja wir bauen sie einfach wir sollten also man muss nicht nur auf die ressourcen acht man sollte auch so ein bisschen den turm stabilisieren pass auf wir machen wir einfach warten wir sollten auch mal das in angriff nehmen fundamenten in der nähe jahre 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 panzerung gepanzerte tür schild sein fundament ist dass ein fundament einfach nur das holz kummer kann ich jetzt hier nee fundament oben beton irgendwie sowas oder meint ist hier unten fundament was kam denn da gerade raus das ist irgendwie Qualm. Ja, da müssen wir nochmal kurz... Okay, das klappt so nicht. Egal, wir bauen erstmal Mörser. Wenn ich den hier hinbaue, ob ich dich dann behindere? Ja, bestimmt, ne? Hier kann ich nicht hinbauen. Das ist jetzt blöd. Ja, der baut doch immer weiter auch aus. Ich bau ihn einfach mal hier hin jetzt. Ja. Die Windturbinen sollten immer so hoch wie möglich stehen, damit die auf 100% laufen. Ja, ich hab's jetzt einfach mal dahin gemacht, damit wir die Energie haben. Oh, oh, oh. Wow. Schnell reparieren. Hast du schon repariert? Alles klar? Oh, oh. Ey, das fängt schon gut an. Das ist wunderbar. Ja, wir kriegen das ja hin. Ich bin da guter Dinge. Ach, guck mal. Im Tutorial konntest du noch sehen, wohin die Schüsse gehen. Also am Anfang der Kampagne. Jetzt muss ich mich ein bisschen reinfuchsen. Also das ist so quasi eine Mischung aus, ja, Angry Birds, Worms und ich, warum mir fällt gerade kein Spiel ein, wo man so aufbauen muss. Ja, doch, da gibt's doch diese, diese Wackelturm-Spiele. Ich weiß nicht, wie ich die nennen soll. Das Problem ist, die fangen meine Schüsse mal ab, mehr oder weniger, ne? Oh, oh. Äh, ich glaub... Lass es mal kurz reparieren. Ja. Ich glaub, der kommt gar nicht so weit. Hör mal, 44? 45? Gib ihm. Komm, sind Mörser jetzt nicht so weit, oder wie? 49. Ich glaub, wir kommen gar nicht so weit mit dem Mörser, hör mal. Oder ich bin da... Ich mach irgendwie einen Fehler. Schwarm-Raketen. Ah, komm. 75. Ach, 79. Gib ihm. Das sieht gut aus. Das ist zu weit. 82. Jetzt hab ich den... Ja, guck, 84. 84 muss passen, komm. Hier, den Schafkopf, komm mal nochmal. Der muss auch weg. Äh, was machst du da jetzt? Den Schafschützen weg, weil der da durch nicht schießen kann. Ich, äh... 74 ist gut. Oh, 74 ist sehr gut. Gib ihm. Hm. Jawoll. Oh, 75? Kann ich das denn hinbauen? Wir tasten uns langsam ran. 77? Ja. Ja, komm, 77 für dich ja am 8. Ja, 78 geht auch. Hm. Ach so, ich vertue mich doch gerade, dass es hier die Stärke wieder überhaupt ballert, ne? Das ist gar nicht der Winkel. Das erklärt vieles. Ja, da sagt er ja sehr vieles sogar. Das seh ich jetzt ja gerade alles nicht. Also, wenn ich jetzt da nicht so drauf reagiere, äh, ich hab andere Sachen. Also, man kann bei den Börsen quasi die Stärke einstellen, wie weit der feuert. Also, wie stark der feuert, wie weit der feuern soll. Und den Winkel. Ich dachte, die ganze Zeit, man könnte den Winkel sehen, aber das ist die Stärke nur. Ah, die kriegen wir, die kriegen wir. Ich glaub nicht. Ja, ich, äh, ah, ich bin ein guter Dinge. Oh, oh. Ja, und rein da, ne? Ah, ich glaub, wir müssen das Tutorial erstmal nochmal machen. Ja, komm. Ja, die Kampagne ein bisschen zu spielen. Ich glaub, dann fällt uns das was einfacher. Gut, den will wir, oh. Den kriegen wir, den kriegen wir. Der ist doch schon da, so alles am wegkokeln da bei dem. Guck mal. Das ist bei uns eher. Unser Windturbine ist gerade abgeraucht. Hm. Ah, ich taste mich langsam ran. Das Problem ist, wie man sehen kann, der Turm wackelt auch so ein bisschen. Das heißt, immer denselben Winkel zu treffen ist gar nicht so einfach. Was war gerade? Über Steam ausgelockt, was stand da? Was stand da? Das hab ich nicht gesehen. Irgendwas wird über Steam ausgelockt. Ich weiß zwar jetzt nicht, was war, aber... Hast du dich über Steam ausgelockt? Oh. War ich das? Was hast du denn gemacht? Nee. Ich hab Turm noch oben drauf gebaut. Ja, dann vielleicht schon. Oh, oh. Sorry. Okay, die nächste Runde sollte man auf jeden Fall gucken, dass wir die sofortiges Replay verlassen. Nein, sofortiges Replay natürlich. Ähm. Doch, das geht. Wir sollten gucken, dass wir... Jetzt haben wir wieder vier Minen. What? Und wir haben den Mörser? Ach, Quatsch. Ich bin ja auch intelligent. Replay, ne? Ja. Ja, nee, ist klar. Ach, dann spielt ihr das nochmal ab. Ja, ja. Ich dachte, wir könnten einfach nochmal neu machen. Ich hab... Ja, wie komm ich jetzt da raus? Äh. Ich bin da nämlich auch drauf gegangen, ohne zu denken. Drück mal Escape. Ach, verlassen. Wir hätten uns unseren Untergang also jetzt nochmal ansehen können. Ja, die Fienden chattet übrigens gerne. Macht zwar keinen Sinn, weil sie genau neben mir sitzt, aber das passt schon. So, wir sind beide im Team 1. Wir haben auf einfach stehen. Hm. Ähm. Okay, wir lassen das einfach mal so stehen. Schnelle Produktion von Scharfschützengewehren. Mit Laservisieren. Besseres Ziel im Magazin. Was hat er hier? Erhöhte Projektilstreuung. EMP. Die maximale Gruppengröße ist auf 4 erhöht. Vierfaches Tempo beim Bau von Geräten, Waffen, Bauwerken. Die nehmen wir doch. Können wir die nehmen? Ja, die können wir nehmen. Architekt. Sollen wir nochmal? Ja. Eine Karte, oder sollen wir dieselbe nochmal nehmen? Oh Gott. Oh. Oh, nee, oh. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ach, kommen immer die. Mo möchte ein neues Spiel starten. Oh, oh. Hast du dich nicht bereit erklärt? Muss irgendwas. Ich möchte kein Spiel spielen. Überprüfen Sie Ihren Bereitschaftsstatus. Hä? Ich bin bereit. Äh. Keine Ahnung. Komm an, da. Ich bin noch so bereit. So, jetzt geht's. Hast du noch was nicht angeklickt? Nein. Ja, nee, ist klar. Oh, schön. Ist aber unser... Nimm nur zwei Miden. Ja, nur ist gut. Das reicht eigentlich erst mal. Als Ihr Ausbilder bin ich da, um Ihnen zu helfen. Wieso haben wir den jetzt auf einmal? Der war eben auch schon da. Ja? Okay, dann habe ich ihn erfolgreich ignoriert. Baust du da gerade an? Ja. Ich kriege Angst. Warum? Du musst mal gucken, je nachdem... Ich will eine Stütze bauen. Bewährung. Sehr leicht brennbar. Leicht brennbar. Wir sollten so das Erste nehmen. Machst du aber auch, ne? Was kann man das hier nicht... Bringt das was, wenn man das so einfach dran macht? Ah, cool. Kann ich jetzt da eigentlich? Ja, komm. Nicht schön, aber selten soll ich immer. Wird direkt abgestützt da hinten. Ich habe das schon hier sicher aufgebaut. Oh, was ist das? Wieso ging das kaputt? Was habe ich gemacht? Ich habe dazu viel Gewicht wahrscheinlich draufgesetzt. Hm. So, das sollte erst mal reichen. So. Sollte noch mal gucken. Jetzt müssen wir langsam mal ein paar Waffen an den Start kriegen hier. Maschinenkanone auf jeden Fall. Die setzen wir auch hier so rein. Dass die Mörsergeschosse vom Gegner auch abgehalten werden können. Hm. Das ist gut. Wir sollten... Doch, wir sollten vielleicht noch eine Mine bauen. Können wir ja nicht. Achso, wir haben keine Ärzte mehr, ne? Nee, wir müssen uns dann irgendwie irgendwas erforschen. Wir haben auch noch kein Metalllager gehabt. Äh, wieso erforschen? Nee, nee, wir müssen nichts erforschen. Wir brauchen nur die Materialien dafür. Müssen wir das nicht irgendwie... Ach, dann war das in der Kampagne so. Aber wir haben keine Ärzte mehr vor Ort. Das bringt uns alles nichts. Doch, das stand in irgendeiner Beschreibung, habe ich gelesen, wenn man das weiterentwickelt... Was war das? Das war der Feind. Denken Sie daran, Waffen mit Türen zu schützen. Ach, hat er sie einfach jetzt so... Ja, ja, ist okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, krass. Das stand im Tutorial, dass wenn man diese Werkstatten und so weiter baut, Sachen halt, die man da freischalten kann, dann bekommt man auch bei den Geräten Sachen. Das habe ich hier verstanden. Wieso geht das nicht? Wieso kann ich jetzt hier nicht? Nein, 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 nein! Ah, das passt schon, das ist gut! Das hält, das ist stabil. Ich habe Seile dran gemacht. Nee, ich habe mich gerade eigentlich eher über meine Türenkonstruktionen da ausgelassen. Ja, das habe ich mitbekommen. Das geht jetzt natürlich auch nicht mehr, ne? Ja, nee, ist toll. Das ist, äh... Reparieren. Ich bin hier zum Reparieren. Also, solange die Sachen nicht fertig gebaut sind, na? Nicht fertig gebaut... Wieso kann ich das jetzt... Wieso kann ich das jetzt nicht bauen? Was denn? Energie haben wir genug. Ressourcen haben wir genug. Aber warum geht das nicht? Oh, es fällt auch ein paar ab. Sehr gut. Ja, ich hätte es mal abstützen sollen. Aha, also wir müssen ein bisschen auf die Stabilität mit achten. Hast du wieder einfach was dran gebaut, ohne einen Seil drum zu wickeln? Kann ich das jetzt eigentlich? Nee, ne? Ich kann das nicht jetzt hinterher noch panzern, so wie das alles sieht. Das muss man von vornherein hier machen. Okay. So on. Also, wir sollten vielleicht mal gucken... Das ging aber eben, meine ich, dass man das nachträglich noch... Hier haben wir noch Ärzte. Wir müssen hier rüber bauen. Wo? Ach, da oben. Dafür sollten wir vielleicht auch hier so... Das hält wieder nicht. Ah, das geht gut, das geht gut. Ja, ich lass dich da mal machen. Das kann ich lange halten. Ich sag's dir gleich. Ah, wir kommen da... Oh. Ja, Tatsache. Also, wenn der zu stark kippt... Das sieht so ein bisschen aus wie so ein großer Braunkohlebagger mittlerweile. Hast du da gerade was gemacht? Ja, ja. Warte, wir müssen ein Seil dran machen. Ja, nee. Ja, nicht nur ein Seil. Wir sollten... Das ganze Ding kippt gerade so ein bisschen weg. Ja, das wird noch abenteuerlich hier. So. Nein, das wollte ich gar nicht machen. Das sieht jetzt sehr gut aus. Ah, egal. So passt das. So? Gott. Wir sind mehr damit beschäftigt, das überhaupt anders am Halten zu bekommen, als den Gegner zu bekämpfen. Aber es ist gut. Macht Spaß. So muss das. Ich habe ja irgendwelche Sachen gebaut, wo ich keine Ahnung habe, wofür die da sind. Sieht ein bisschen monströs aus, was wir hier gebaut haben, aber alles gut. Was ist denn da? Bitte? Ich habe gesagt, wo ist denn eigentlich unser Feind? Ich habe ihn gefunden. Das kleine Türmchen rechts. Das kleine Türmchen. So, ich brauche... Ich versuche, gar zwei Minen zu bauen. Ja. Kann nicht verkehrt sein. Besonders bei unserem Materialverbrauch, was wir hier gerade machen. Oder haben. Und ein Lager sollte man auf jeden Fall noch machen. Was haben wir? Wo haben wir Lager? Hier Metalllager. 200 und 500. Okay. Okay, das war nichts. Da haben wir versucht, was wert. Oh. Ja, die KI, die baut natürlich einiges eleganter und besser. Wobei, bei dem wackelt es auch so ein bisschen. Aber der geht jetzt auch hier oben an die Minen oder an das Erdvorkommen ran. Der versucht das auch. Der hat aber auch viel mehr gehabt, unverschämterweise. Ja, ein bisschen mehr. Tatsache. Okay. Batterie. Also mit dem Mörser kommt man nicht durch. Batterie bauen wir auch hier hin? Irgendwo? So. Sandsäcke. Mörser kommen wir nicht mehr durch? Auf dem Holz kommen wir nicht durch? Nein, der hat Abwehr. Achso. Ja, pass auf. Tim, tippt, tippt. Dann kopieren wir die zwei Jungs mal. Ich kann mir den zu Gegenfeuer bewegen, aber ich glaube nicht, ne? Den, äh, ich hab ja jetzt die ganze Zeit schon mal drauf geschossen. Das hat dem relativ gar nichts ausgemacht. Naja, nicht wirklich. Wir brauchen auf jeden Fall Schwarmraketen, Flak, Luftverteidigung, Entfernung versteckter Waffen vor der Waffen kann. Eine Flak wäre natürlich auch nice, ne? Ah, wir haben auch da oben nicht viel vorkommen, ne? Du musst gucken, dass die Windturbine nicht immer hier oben hinsetzt, wo wir unsere Waffen hinsetzen können. Ja, aber wo soll ich die denn hinsetzen? Weit hinten, so weit bemüht. Ja, das war eben das weiteste hinten, als ich die gesetzt habe. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hinsetzen soll. Wenn ich den so, das geht, oder? Ob das viel bringt, weiß ich nicht, aber, ja, wird schon. Das ist nicht die idealste Position, da. Was hast du hier gebaut? Weiß ich nicht, ich baue das einfach. Was denn das? Fabrik? Ja, irgendwas. Oder Munitionsfabrik? Warte, das ist. Zeig dir mir die. Oh, äh, Optimierungszentrale. Schaltet Waffen- und Geräteverbesserungen. Cool. Frei. Was haben wir hier? EMP-Rakete. Oh, schau, die Gegner ist schon Waffen und Geräte. Oh, jetzt können wir das hier upgraden. Jetzt können wir hier auch eine Supermine aus der Mine nämlich machen. Cool. Ich will Schwarmraketen. Ich habe, oh, Schwarmraketen ist aber, der muss da her, der muss da irgendwo auf dem Fundament, ne? Wie war das? Ich habe es aber noch nicht so ganz kapiert mit dem Fundament. Aber hier, oder müssen wir, hier geht es ja nicht, ne? Nee, der muss doch da irgendwo in unser Häuschen da rein, oder? Dürfen sich nicht überschneiden. Ja, irgendwie, nee. Das Fundament hat so hier unten, glaube ich, auf der Erde irgendwo. Aber, ich finde keine Position. Schade. Aber ich habe jetzt einen EMP-Schock. Das heißt, pass auf, du nimmst mal den Mörser. Und ich gucke, wenn ich den jetzt treffen sollte. Nein. Wenn ich den treffen sollte, dann kannst du gleich schön mit dem Mörser drauf halten. Aber du weißt nicht, wie du den treffen kannst, ne? Ich gucke jetzt mal gerade. Ich denke, so. Okay, man muss jetzt mal durchkommen, ne? Ja. Eine kommt durch. Ich schieße nochmal den Mörser drauf. Damit der seine Maschinengewehrsalven abschießt. Ah, das schaffen wir nicht. Der hat zu viel Maschinengewehr, ne? Ja. Wir sollten schnell reparieren hier. Genau, ich bin auch gerade dabei. Vielleicht machen wir die Maschinengewehre in der Gruppe zusammen. Dass die alle drauf schießen. Ich würde die hier gerne oben ein bisschen schützen. Das Problem ist, dann müsstest du hier oben ja eine Tür reinmachen, ob das was bringt. Kann man nur Türen setzen? Oh, 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 oh. Was war das? Das war der hier unten. Das war einer von uns? Ja. Was ist das für einer? Eine Flak? Der hier unten. Ah, das ist die Flak, ja. Der ist gut, der kommt durch. Ja, aber der sollte ja eigentlich dafür sagen, die Geschosse hier, die Raketen abzuhalten, ne? Wirklich? Ich glaube nicht. Ja, ist egal. Dann probier mal. Ah, der kommt nicht ran. Der steht zu niedrig, ne? Ne, ne, ich war zu hoch. Ich muss ein Stück tiefer. Oh Gott. Aber wir schießen noch mit der Flak auf das gegnerische Fort drauf. Das ist kein Problem. Ist das falsch? Die prallen Feuer ab. Da passiert, glaube ich, nichts. Doch, da unten ist auch noch. Ah doch, der geht kaputt. Mach nochmal. Ich sehe nichts. Ein bisschen Schaden nimmt's. Ja, ich kann mal weiter unten noch versuchen. Und? Hat das was gebracht? Ich habe gerade nicht geguckt, weil ich mit dem Maschinengewärm beschäftigt war. Ich versuche mal, das ein bisschen dazu destabilisieren. Ja. Aber, ja gut, das ist das... Ja doch, das bringt auch was. Das bringt was. Ja, da habe ich jetzt gut getroffen. Ja, irgendeine Turbine fast. Ja, von mir her, das bringt es natürlich überhaupt nicht. Ja, das lenkt vielleicht aber ab. Jawohl. Zack. Mörser drauf. Schnell. Na, zu wenig. Den Mörser musst du ganz steil machen. Oder was war das nochmal? Ich muss auf circa 40 gehen, aber dafür muss die Rakete durchkommen. Die hält ja auch mal ab, ne? Ja, ja. Hat man die EMP-Rakete eben nicht getroffen? Ich habe nie auch gepasst. Die hat getroffen, aber ich glaube, das ist nur der ganz kurze Moment dann. Das ist aber blöd. Also, wir machen es anders. Wir machen es anders. Wir bauen es jetzt nochmal. Oh. Schnell reparieren. Wir bauen es jetzt nochmal zum Mörser hier hin. Oh, oh, das Seil brennt. Kann ich auch reparieren. Alles gut. Alles gut. Hast du? Ja, bin dabei. Ob das hier noch reicht, weiß ich nicht, aber ich bin dabei. Doch, sieht gut aus. Sieht gut aus. Waffen. So, ich möchte aber hier auch noch. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Ah, das ist die EMP-Rakete. Ich gucke mal, was ich hier noch so bauen kann. Eine Munitionsfabrik. Ich meine, die jetzt nachher in Gruppe zu setzen, wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Ah, das Spiel macht aber viel Spaß. Ja, das Spiel ist total Hammer. Also, es ist halt vielleicht mal eher sowas für zwischendurch, aber es macht Fades. So, gleich kommt meine Mörsertruppe. Drei Mörser kriegt er nicht abgehalten. Das Problem ist nur, dass die zwei wahrscheinlich ganz anders vom Winkel feuern müssen wie der, logischerweise. Oh, was war? Oh. Oh, das ging aber gut. War es gerade geflaggt? Was kam? Ich habe es nicht gesehen. Der hat gerade Schwarmraketen auf uns abgefeuert. Burn, baby, burn. Ich kriege die trotzdem abgehalten. Ah. Das ist aber, hm. Okay, wir müssen, wir müssen einfach mal... Vielleicht noch mehr Waffen. Da oben ist er schon recht geschlöchert. Wir kommen nur mit der Flak durch, ne? Schnell reparieren hier. Okay. 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 Oh, die kommt zu kurz. Ich möchte so eine Schwarmrakete überhaupt mal machen, aber... Aber ich weiß nicht wo. Oh. Hm. Nee, die kommen nicht durch. Immer schön wechseln. Ah, das sieht gut aus. Wir kommen die Sache näher. Das sieht gut aus. Nur blöd, dass er die mal abhalten kann. Ah. Ärgerlich. Die trifft. Oh, oh. Oh, oh. Schnöreparieren. Oh, oh. Oh, oh. Na, komm schon. Der hat bloß keine, ähm, Maschinengewehre mehr. Auf jeden Fall, ähm, hält er nichts gegen. Ich kann mit dem Mörser gerade durchkommen. Ich glaube, wir haben den auch zum Teil... Naja, jetzt kommt's wieder. Kannst du mal ein paar Maschinengewehre setzen, bitte? Geht das? Äh. Jawohl. Jawohl, Treffer. Oh ja, er repariert aber schon fleißig. Und verstärkt, okay. Schade. Ich kapp oben mal, den oberen Teil, versuch zumindest ranzukommen. Weil, ne, dann ist quasi seine Mine außer Gefecht gesetzt. Sehr gut. Ah, das war Bärchen, ne. Ich hätte länger warten müssen. Oh, was ist das denn da gesetzt für eine Kanone? So eine große. Schön. Ah, nein, drübergegangen. Das ist ärgerlich. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Ah, man muss sich dabei noch so konzentrieren, ne? Ja, ist ein Vorteil. Ja, das kriegen wir hin. Die gehen durch. Ah, nur eine hat getroffen. Schade, schade, schade. Oh, Turm ist weg. Das hätte ich mir so sparen können eigentlich. Das war ich. Ah, der hat, sehr gut. Der hat aber noch eine Verbindung. Eine geht durch. Der baut schnell wieder auf. Das heißt eigentlich, der leuchtende Stern bei uns da an der Seite. Vielleicht können wir irgendwas machen. Ich möchte gerade nicht raus. Oh, der kommt durch. Oh, der ist kaputt. Oh, der ist kaputt. Oh, der ist kaputt. Oh, der ist kaputt. Oh ja, ich sehe es auch gerade Die beiden Windturbinen sind Ich habe die gerade neu gesetzt Ach, die waren komplett weg? Ja Habe ich gar nicht gesehen, ich hatte eben nur schön repariert Aber du hast ja jetzt was vorgesetzt, deswegen Bringen die jetzt nicht mehr wirklich viel Ich habe keine Mörser mehr, die durchkommen Boah, das ist ein bisschen durchlöchert Das Ganze schon ist Wahrscheinlich nicht sonderlich zu interessieren Shit Immer drauf Oh, die Flak geht ganz gut Also wenn wir da jetzt noch zwei oder drei in Reihe geschaltet hätten Macht das doch ganz schön Schaden 20 Millimeter Geschütz Aufweichen der gegnerischen Verteidigung Kanone, schwere Artillerie Ah, da fehlt die Energie zu Was war das hier? War ich da schuld? Oder ist das Ding explodiert einfach nur? Weiß ich nicht Habe ich da gerade Mist gebaut? Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut Ach, kack Das war ich Ich habe es zusammenstürzen lassen Ja, ich habe auch gerade einen Teil abfallen lassen Ja Wir sind schon Helden Das bringt ja nichts Ich habe es zugesetzt eigentlich, was ist denn das? Reparaturstation, ah, sehr gut Jetzt hast du natürlich die Reparaturstation genau vor den MG-Schützen gesetzt, ne? Ich? Ja, ich war das glaube ich nicht Oder ich habe es verdrängt Kann ich mich nicht dran erinnern 4.500, jetzt können wir die dicke Bärte hier setzen Wenn man einen Platz hätte, ne? Hm Okay, machen wir anders Müssen wir anders machen Wieso ist denn hier eine Tür? Hm? Kinder fragt manche Sachen nicht Okay Aber ich nie tue Pass auf Wir wurden teilweise einfach nur gebaut Yes Weil es ging So Dann bauen wir uns auch hier schon eine Tür ran Wenn das geht So Wieso geht denn das schon wieder nicht? Das mache ich verkehrt So Oh oh Oh, was war denn das jetzt? Da hast du irgendwas doof gebaut Ach, kommen sie gerne Ja, ich weiß nicht warum Manchmal hat er Schild Wirft Projektile, kleine Waffen und Laserstrahlen zurück Cool Verbraucht aber Energie Ich hatte eigentlich Darf ich diese Technologie bauen? Ja, mach Guck mal jetzt Oh, hab ich jetzt gar nicht selbst getroffen oder was? Sehr gut Oh, da muss man auch noch aufpassen Ja, nicht gut So Wollen wir mal gucken, was der kann Ja, Wollinger Der ist gut Die 20mm Kanone bringt Ja Die macht Schaden, ja Aber die braucht auch tierisch lange Ich würde die gerne nur schützen irgendwie Wenn ich jetzt hier wieder was drauf baue Dann Bricht mir das gleich alles wieder zusammen Also bitte denkt nicht zu genau drüber nach Wie wir gerade hier gebaut haben Wer sind da? Nehmt es einfach so hin Genau Ich drück mal auf den Stern Da ist jeder frei in seinem Schaffen Ich glaub, dann bauen wir schneller Ah, okay Schade, dass die so lange gebraucht Wenn ich da jetzt noch einen von hätte Boah Ah, das waren wir Okay Ich hab grad schon ein bisschen Angst bekommen Kann man die eigentlich auf Tasten legen? Also auf 1 und sowas? Was hab ich jetzt gemacht? Ah ja, cool Das klappt Du kannst mit der Steuerung und den Zahlen Kannst du Gruppierungen auf Shortcuts legen Ah, okay Ja, das mach ich denn nie Das weißt du doch Das ist Aber von Vorteil Also richtig reparieren Tut der da drüben ja auch nicht, ne? Burn, baby, burn Jawoll So, komm schon Ah, das dauert zu lange Ich brauch zwei von den Kanonen Das hat keinen Zweck Ich brauch zwei von den Dingern Kann ich jetzt hier so eine Tür setzen? Kann ich dann die dafür abbauen? Kann ich Tür nicht abbauen? Doch so Weg damit Schnell hinterher schießen Bevor der da sich zu sehr berappelt hat Pass auf, dann machen wir den nochmal weg hier Der bringt da eh nix Dimm, dimm, dimm Was haben wir hier denn? Kanone, schwere Artillerie Yes Kriegen wir hier nicht rein, ne? Schade Dimm, dimm, dimm Oh, ist denn das? Bist du kriegst hier nicht rein? Dass hier die Türen sind, das ist ein bisschen blöd Schnell reparieren Halt drauf Ich bin dabei Also das könnte ich jetzt noch so drei Stunden ziehen, die Runde Nur so am Rande Ich brauche noch so eine schwere Kanone Kann ich, die baue ich mal weg Und ich hoffe, ich tu mir da jetzt gerade keinen Was ist das eigentlich? Was heißt denn die Tür? Ich muss auch, bevor ich das jetzt Machen wir das so Den weg Nein, was habe ich jetzt gemacht? Habe ich jetzt wieder an die Tür hingesetzt? Ach, ich bin auch Interländ, ne? So, jetzt aber Boah, was ist denn das? Ich habe so ein Ding gebaut, ich glaube, das ist ein Laser Er hat mal was weggebrutzelt Und tschüss So ist die Verbindung auch erstmal wieder ein bisschen kaputt Boah, ich hätte gerne nochmal das 20mm oder das ganz dicke hier Da fehlt uns noch Energie Wir brauchen mehr Energie Ich mache jetzt nochmal mit dem Laser Wow, jetzt haben wir einen Victory Das sieht gut aus Jawohl Der Laser hat alles weggemacht Ah, cool Ja Okay, an der Stelle werden wir erstmal die Aufnahme beenden Ich hoffe, euch hat es gefallen Und lasst doch mal einen Kommentar da Ob ihr noch mehr Folgen von dem Spiel sehen wollt oder nicht Und ob ihr weiterhin uns zugucken wollt Wie blöd wir uns anstellen bei dem Spiel Und da würde ich sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Bye Bye